Ahoi Freunde der Seefahrt, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Thrasher, Twenture Game. Mir gusta, dass ihr einschaltet. Ja, wie ihr vielleicht feststellt, ich weiß nicht. Ich verrate mich jetzt selber. Ich habe weniger Leben, ich habe dafür mehr Münzen. Ich bin nach der letzten Aufnahme bin ich zum Speicherpunkt zurückgegangen und jetzt bin ich wieder hierher gelatscht. Ja, und habe ein bisschen Schaden gemacht. Gut, wir haben jetzt den Kompass und jetzt könnten wir uns eigentlich um die Mäuse kümmern. Ich glaube ich bin hier richtig, oder? Oh nicht, nee warte, das war ja falsch. Ah ja, ich muss auf die andere Seite. Total verplant. So, natürlich schaffe ich das nicht. Sag jetzt bitte nicht, ich muss jetzt auch ganzer Dank. Boah, ich dachte schon ich muss jetzt wieder unten rum, ey, das wärs noch. Jetzt holen wir erstmal für Micky, Jerry und Basil Medizin, also beziehungsweise nur für Basil. So, was ist denn da los? Dr. Zizi, weiß nicht, Kiki, tu dir bestes damit ich gesund werde. Ja, das freut mich. Aber sie wird mich nicht retten können. Fürchte ich. What? Das war's wohl. Ja, Junge. Was? Meine Tage sind ungezählt. Wäre ich doch nur mehr gereist. Hätte mir die Welt angeschaut. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, mein Junge. Und bin ich von allen der Junge. Naja. So, was sagt denn die Schwester? Doktor halt von mir aus. Ich hatte in der letzten Zeit sehr viele Patienten. Sie alle zeigen die gleichen Symptome. Wenn sie nicht behandelt werden, könnten sie sterben. Äh, da gibt es keine Therapie dagegen. Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt ein wirksames Medikament existiert. Super. Ja, toll. Und jetzt, ähm, nochmal. Ja. 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 Das heißt, wir müssen was suchen. Okay. Vielleicht finden wir ja was. Das ist jetzt natürlich dürf. So, wir kommen jetzt da oben lang. Okay, wir müssen hier unten durch. Oh man. Ja, Leute. Wir sollen Medizin beschaffen. Bei einem Arzt, wo nicht bezahlbar ist. Und dieser Arzt hat ja nichts. Wie komme ich da? Komm ich gar nicht hoch. Ah. Ja, okay. Wir gehen jetzt mal eine Tasche tiefer zu dem Hutladen. Gucken, was es da gibt. Außer Hüte. Und Zylinder. Wow. Da, was willst du? Ein Segel? Hm. Zufälligerweise werde ich bald selbst nach Sumora reisen, um mir ein Segel zu kaufen. Der Segelstoff eignet sich verzüglich für den neuen Hut, den ich entworfen habe. What? Ich werde mich demnächst auf den Weg machen, ihn abzuholen. Ich war vorher noch nie in Sumora. Aber irgendwo hier habe ich eine Karte. Ohne die Karte wäre ich niemals in der Lage, den Eingang der Höhle zu finden, die nach Sumora führt. Ja, das wäre dann. Klasse, jetzt haben wir einen Kompass. Aber wir brauchen immer noch ein Segel. Irgendjemand in diesem Riesinger muss doch wissen, woher wir eins bekommen können. Lass uns weiter rumfragen. Ja, Sumora in dem Fall. Und was verlangt für den Zylinder? Ah, ausgezeichnet. Ausgezeichnete Warten. Dieser Zylinder ist einer meiner besten Hüte. Na gut, es ist auch mein einziger Hut. Möchtest du ihn? Er kostet nur 100 Münzen. What? Niemals. Niemals. Ich muss mich da oben durchschleichen. Ja, du wiederholst dich. Ich glaube, in der Kiste ist die Karte drin. Wir müssen irgendwie da oben hinkommen, zu dem Geheimweg. Da geht anscheinend... Ah ja, mhm. Oh yeah. Wow, Käse. Ja, und? Badadada. Jo. Die Karte des Segels. Wow. Ja. Skilly, skilly. Ok, jetzt haben wir schon mal die Karte. Die Karte, die du gefunden hast, scheint uns den Weg zu einem Segel zu zeigen. Da du jetzt einen Kompass besitzt, sollten wir es problemlos finden können. Öffne das Menü, um deine Karte anzusehen. Mit den Pfeiltasten kannst du die Karte durchblättern. Drücke dann die Action-Taste, um die Karte auszuwählen, die du verwenden möchtest. So zeigt der Kompass immer zu dem Ort auf der Karte. Wahrscheinlich funktioniert der Karte nur unter freiem Himmel. Und jetzt lass uns der Karte folgen und das Segel finden. Ja, aber was ist mit den Mäusen? Oh Mann. Hm. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Was passiert, wenn ich die Münzen einsammel? Naja, bisschen daneben. Wie komme ich hier hoch? Ah, das mache ich jetzt einfach. Echte Forst, doch ein bisschen ein Baum. Kalt bin ich ja inzwischen. Okay, was ist das? Okay. Ups, falsche Richtung. Ist das ein Randigel? Oh, der kriegt keinen Schaden. Okay, alles klar. Gut, gleich mehr. Oh, da ist eine Kiste. Nice. Was hat die denn? Wow. Yeah. Jetzt bin ich richtig rich. So. Ich weiß auch nicht, wie viel dann das Segel kostet. Oh, das wird das so ein Igel, ne? Nein. Oh Leute, war das ein Fail. Und zack. Ich habe ja nichts, um irgendwie Fackeln anzuzünden oder so und ich komme. Okay, ich glaube das Rätsel ist nicht für uns gedacht. Ähm. So kommt es mir jetzt mal so langsam vor. Das heißt, ich brauche irgendwas, um das aktivieren zu können. Okay, dann sind wir ja schon mal falsch. Ähm. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal speichern. Alles mal bei dem Mäuschen. Oder Sprecherpunkt. Ähm. So. Spiel gespeichert. Geil bin ich auch noch. Was sagt ein Basil wieder? Bitte lass mich allein. Ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht. Ähm. Ja. Medizin gibt es leider nicht. Ich werde jetzt mal rausgehen. Ähm. So. Da kommt was direkt in die Richtung. Aber. Die Karte ist. Die Karte des Segels ist ausgewählt. Alles klar. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Gut. Da wird jetzt vorher nicht drauf geachtet. Aber. Wurscht. Erstmal speichern. Das war jetzt wichtig. Ja. Da wird es wieder lange segeln. Dann machen wir das. So nice. Na ja. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Zuschauern bedanken. Bei meinen Abonnenten und so. Richtig cool. Jetzt. Da. Road to 0,1k. Oh Gott. Ich habe nur eine grobe Vorstellung, was ich machen könnte zum 100-Abo-Special. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr sie mir schreiben oder so. Weiß nicht. Ich habe mich ja eigentlich. Im Prinzip. Wollte ich das. Ähm. Ja. Ich habe mir Instagram zugelegt. Da wollte ich mich eigentlich Zeichen. Zeichen. Äh. Zeichen meine ich. Zeichen mich. Zeichen mich. Ja. Da habe ich gedacht. Ja. Ich zeige mich zum 100-Abo-Special. Zeige ich mich halt mal. Damit ihr wisst, mit wie ihr es da zu tun habt. Da habe ich da. Hier den *** serviert. Und. Habe ich halt schon getan. Okay. Es hat sich halt ergeben. Ja. Ja. Dings. Äh. Der Link zu meinem Instagram Account. Findet ihr. Ähm. Im Kanal. In der Kanalbeschreibung oder so. Ich habe es auch getwittert. Ja schon. Eigentlich habe ich es ja getwittert gehabt. Ich glaube ich hätte Dings ähm. Speichern sollen. Aber ich glaube hier kann man auch speichern. Das werde ich jetzt auch sofort tun. Kann man nicht. Ähm. Wo kann man denn hier speichern. Okay. Hier wird es schon gefährlich. Ähm. Okay. Den Kompass zeigt es auch an, wo der versteckt sein könnte. So. Ich glaube ich rede da erstmal mit. Ja. So. Matti. Hey hallo. Deine Großmutter hat dein Boot von mir gekauft. Hat sie dir das erzählt? Ähm. Ne hat sie nicht. Vielleicht hast du es schon bemerkt. Es ist ein ganz besonderes Boot. Und als ich vor Jahren noch für Klopocop arbeitet, entwickelte ich eine Technologie mit der man riesige Objekte auf die Größe eines Pixels schrumpfen lassen konnte und umgekehrt. Obwohl es wie ein ganz einfaches Boot aussieht, ist es doch ziemlich fortschrittlich. Fortschrittlich. Du kannst es in deine Tasche stecken, wenn du es nicht brauchst. Ja, das habe ich festgestellt. Nicht schlecht, oder? Ja, erinnert mich irgendwie an Dragon Ball Ketzelkorb, ne? Kann man hier irgendwie hoch. Gibt es hier irgendwo was? Gehen wir hier hoch. Ein Buch, okay. Die wurde ja eine Zeitrechnung. Äh, die große, äh, die große Katastrophe. Ah, dann soll das... Ah, vielleicht ist das K für Katastrophe. Äh, die Zeitrechnung ist allerdings K. Also nach K. Und es wird wahrscheinlich die Katastrophe sein. Wow, wir haben's. Die große Katastrophe ereignete sich, nachdem der böse Dämon durch den Helden Huian besiegt worden. Der Dämon war. Mit letzter Kraft schlug der Dämon gegen den Erdkern und stürzte die Welt dadurch ins Chaos. Bis dahin formte sämtliches Land des Planeten einen großen Kontinent umgeben von einem endlosen Ozean. Nach der großen Katastrophe zerbrach der Kontinent in viele kleine Inseln, wie wir sie heute kennen. Die große Katastrophe kennzeichnete den Beginn einer neuen Epoche, was sich auch in unserer Zeitrechnung widerspiegelt. Mit den Jahreszahlen vor der großen Katastrophe wird ein VK nachgestellt. Vor der großen Katastrophe. Die VK-Jahre beginnen mit Null und werden rückwärts gezählt. Bis zum heutigen Tag. Ja, gut. Ein bisschen Geschichtsunterricht. Mal gucken. Ich glaube, das wiederhole ich nochmal zum Anfang der nächsten Folge. Und dann werde ich an dieser Stelle mal Schluss machen. Bevor ich ziemlich überziehe. Da ich nicht speichern kann, werde ich direkt weiter aufnehmen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass den Daumen nach oben da. Vorschläge. Vorschläger. Blablabla. In die Kommis. Twittert mir. Oder sonst was. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.